Move on with your fucking life And I'm the greatest Feeling like your greatness Self-finged to that greatness You're the one that made us You're still fine And I don't know why If I love This tragedy Why I'll give my So yo yo yo, was geht euer Asi? Jetzt wieder back am start zu einem neuen babastischen Video auf dem VP Clunch Und im Hintergrund seht ihr heute eine 93 Sekunden FFA Moab erspielt beim lieben VP Aimbot auf der Map Dome mit der PP90M1 Guckt auf jeden Fall bei dem Mongo vorbei Und ein richtiges Kommentar habe ich für euch heute gar nicht eingepackt Aber ein paar Infos für euch Ich weiß nicht im Moment wie die Lage ist Ob wir jetzt noch Gameplayer, Spieler, Kommentatoren, Designer oder sowas suchen Aber wir suchen auf jeden Fall Das kann ich euch versichern Editor Und falls ihr euch als Editor bewerben wollt Die Skype-ID vom lieben Paras Ist dafür in der Beschreibung vorhanden Also meldet euch da auf jeden Fall Falls ihr joinen wollt als Editor Und ja, viel mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen Wir haben aber noch fast 40 Sekunden zu reden Und ich würde mal sagen Als Kommentator hat man ja quasi die Macht der Eigenwerbung Also guckt auf jeden Fall bei mir vorbei Abonniert mich, liked meine Videos Vielleicht lasst ihr noch einen Jiggler da oder sowas Ne, Spaß Auf jeden Fall guckt beim VP Aimbot vorbei Für seine geile FFA Moab Wenn euch das Commentary gefallen hat Beziehungsweise beim Commentary gab es da jetzt nicht unbedingt viel zu gefallen Aber wenn euch meine Stimme jetzt gefallen hat Dann könnt ihr natürlich auch bei mir vorbeigucken Die Links von uns beiden sind in der Beschreibung Und ansonsten würde ich sagen Bewerten und kommentieren Haut da rein Bis zum nächsten Mal